Für den Aufbau eines Baumschutzgitters benötigen Sie zusätzlich einen Befestigungspflock und zwei Kabelbinder. Der Befestigungspflock sollte nach dem Einschlagen mindestens gleich hoch wie das Baumschutzgitter sein. Schlagen Sie den Pflock direkt neben der zu schützenden Pflanze im Boden ein. Falten Sie das Gitter auf, so entsteht der optimale Buchsraum. Ziehen Sie das Schutzgitter vorsichtig über die Pflanze. Den Kabelbinder ziehen Sie an der neu entstandenen Falte ein und befestigen damit das Schutzgitter am Pflock. Einen Kabelbinder montieren Sie im oberen Bereich und einen Kabelbinder montieren Sie im unteren Bereich des Baumschutzgitters. Untertitelung des ZDF für funk, 2017